Hey, du kommst genau richtig. Dein Tee ist gerade fertig. Ja, genau, dein Lieblings-Tee habe ich dir gemacht. Ja, da schläft man doch ein bisschen besser ein, wenn man vorher was Warmes trinkt. Ich habe außerdem noch deine Lieblingsschokolade besucht, weil sie ja Schokolade hat. Macht glücklich. Da schläft mein ganz Seppi ein. Genau. Ich dachte, wir fangen wieder damit ab, dich abzuschminken. Ja, dann mache ich dir mal kurz die Haare zur Seite. Ich würde sie dir hinten zu einem Zopf machen, wenn das okay ist, dann fallen die dir auch nicht in die Stirn. Ja, dann, ähm, okay. Hier vorne, die eine Strähne da, die würde ich noch backclipsen. Ist das okay für dich? Ja. Ich glaube, du hast da auch noch eine Strähne, die mache ich auch noch schnell. Okay. Ich habe hier was ganz, was Neues und zwar so prickelnden Reinigungsschaum. Ja, damit geht dein Make-up richtig, richtig schnell weg. Du wirst sehen, ich zeig's dir einfach mal so, wir nehmen jetzt davon. Das prickelt ein bisschen, aber keine Frage. Alles ganz angenehm. Wir reiten damit einfach einmal dein Gesicht ein. Wir reiten damit einfach einmal dein Gesicht ein. Und dann verteilen wir das jetzt noch ein bisschen mit der Bürste. Und noch ein bisschen kreisende Bewegung. Wir gehen jetzt mit der Seite brush, wir das einfach vorsichtig weg. Okay, lass mich mal gucken. Ja, doch, dein Make-up ist jetzt weg. Dann würde ich sagen, machen wir weiter. Ich habe noch eine kleine Gesichtsmassage für dich vorbereitet. Ich glaube, es schläft sich doch gleich viel besser mit einer kleinen Gesichtsmassage, oder? Das Öl ist echt gut. Das versorgt die Haut auch jetzt nach der Reinigung optimal mit Feuchtigkeit. Deswegen ist es auch ganz gut, das jetzt nach der Reinigung gleich drauf zu machen. Es kann jetzt schön an die Haut reindringen. Und sie mit Feuchtigkeit versorgen. Du hast am nächsten Tag deine ganz strahlende Haut. Keine Sorge, das Öl zieht über Nacht ein. Es macht auch keine Flecken am Kopfkissen. Und sie mit Feuchtigkeit versorgen. Und wie fühlt es sich an? Fühlt es euch gut? Das ist wichtig. Und fühlst du wie deine Haut schon mit Feuchtigkeit? Ich habe jetzt noch was. Und zwar diesen Roller hier. Der ist ganz gut geeignet, wenn man Cremes oder Öle besser laut eindringen lassen möchte. Der war ein bisschen im Kühlschrank. Der ist jetzt deswegen kalt. Aber keine Sorge, ich habe dir ein bisschen aufdauern lassen, dass du jetzt nicht irgendwie totalen Kälteschock kriegst. Okay, der sollte angenehm kühl sein. Und ich mache dir mal hier hin. Geht das? Gut. Gut. Das massieren wir, oder damit können wir das Öl ein bisschen einmassieren. Immer vom Gesicht weg macht man das. Und wie fühlt es sich an? Gut. Ja, dann zieht das Öl schön ein und hast du morgen eine perfekte Haut. Ich habe ja dieses kleine Ding so unter die Augen. Und dann zieht das Öl schön ein bisschen ein bisschen ein bisschen ein bisschen ein bisschen. Und wie fühlst du dich? Fühlt sich gut an? Das ist das Wichtigste. Dann würde ich sagen, machen wir jetzt weiter. Ich dachte, wir kennen jetzt noch mal kurz kleine Haare. Ja, ich habe sie dir ja zusammengebunden. Ich mache das mal wieder auf. Genau. Dreh dich mal bitte ein bisschen um. Genau. Damit die dann, dass du ganz ehrlich schlafen gehen kannst, wenn die dann auch beddelt sind, mache ich die jetzt noch schnell. Ja. Das sind extrem weiche Brusten. Keine Sorge, aber die durchkämmen natürlich trotzdem gut danach. Ja. Nichts sind bright. Ja. Bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020